Hallo, ich bin die Ines. Ich bin 34 Jahre alt. Hallo, ich bin Willi. Ich bin 34 Jahre alt. Hallo, ich bin Lydia. Ich bin schon 9 und bin schon in der 3. Klasse. Hallo, ich bin Finn. Ich gehe in die 2. Klasse und ich bin 8. Hallo, ich bin Nina und ich bin 14 Jahre alt. Hallo, ich bin 4 und ich bin 4. Und wir sind die Familie Steinbock.